Parallel Events, das ist neben dem Parfait Zentral auch die drei Dienenstadt-Invento-Cashions, die Dienenstadt-Parais mit dem Parallel Fersken hier im Haus auch, mit dem Parallel Daukinski und dem Wiener Börsensee. Für uns ist das insofern auch wichtig, auch als führender Potentiker in Österreich, vor allem hier im Aktienvernehmen, hier wirklich sehr selten die Sampe, spektakulärer und auch ehrenwürdige eventuelle Geschichtsbetreibung zu dürfen. Ja, das sind so die Einstieg in Richtung Frühstück. Wie gesagt, zusätzlich zu den 40.000 Einheiten bearbeiten wir 75.000 Eier in den Eischweifen, haben wir auch mal 40.000 Einzelprodukte, wie ein Schiapudding oder ein Büsli, was nicht bei dieser Kaufreinung eingestellt wird. Das ist z.B. aus Urkorngetreide, abgeholtet wird eine crunchige Reaktor-Honig, das man vielleicht von 1 zu 4 mischen, dass es nicht zu süß ist. Da kann man sich individuell am Tisch das ergänzen, hier und Artur-Gehurt wird auch eine Honig aufpacken, und so wäre jeder Inülein. Ja, und ich darf vielleicht auch bei zwei Seiten eine verweilige, bis ihr vielleicht noch ein bisschen als Ernährungs-Expert an uns einblick geben, weil wir bisher auch darauf waren, was für einen ausgewogenen Nährstoffvielfalt im Internet.